Ich weiß das nicht, das kommt von allein. Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Dreck mich im Arsch. Wir kiffern, wir kiffern, wir kiffern. Was soll man dazu sagen? Kopf auf! Wir kiffern, wir kiffern, wir kiffern, wir kiffern. Wir kiffern, wir kiffern, wir kiffern. Wir kiffern, wir kiffern, wir kiffern. Untertitelung. BR 2018 Und kann man damit wirklich Windows? Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Windows ist ein Betriebssystem, das Sie auf dem Computer aufspielen müssen. Welches Betriebssystem Sie aufspielen, das bleibt Ihnen überlassen. Der kann auch Windows. Ach ja, und kann man damit auch Internet? Ja, der kann auch Internet. Kann der auch Briefe schreiben? Sie können auf diesem Computer Briefe schreiben, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm installieren. Wollen Sie das Gerät jetzt kaufen oder nicht? Ja, Moment mal. Kann man da auch Windows? Ja, der kann auch Windows. Kann ich die mal sehen? Nein, das können Sie nicht sehen, weil Sie erst das Betriebssystem installieren müssen. Ach, verschiebt mir mal dein Handy. Ich hab kein Handy, echt. Verarschen können wir uns alleine. Gib mal dein Handy her. Oder du kriegst einen auf die Fresse. Du Penner. Das ist ja ohne integrierte Kamera. Was soll ich denn damit? Hier, meinst du auch eine Kamera. Es geht doch. Beim nächsten Mal holt ihr alles aus den Taschen raus. Ist das klar? Ja, ja, ist klar. Sonst gibt's nämlich was auf die Fresse. Ihr Penner. Au! Guck mal, schon so groß und kann noch nicht mal alleine laufen. Der soll mal erst mal zum Friseur gehen. Sich die Haare schneiden lassen. Was soll denn das? Auch noch frech werden, oder was? Du kriegst eins auf die Fresse. Du Penner. Soll ich dir mal Beine machen? Buh! Oh, man ja, Pipi! Wichser. Wein. Kacknase. Nur Tapp. Spiel gegen Gegner auf der ganzen Welt. Auch mit Tübe. So, ihr Kaffee. Macht 3,20 Euro bitte. Ist der Koffein frei? Nein, der ist ganz normal mit Koffein. So, wollen Sie uns umbringen? Den können Sie selber saufen. Und wenn du uns verpfeifst, dann kriegst du es auf die Fresse. Du Penner. Und sofort die Schoko-Hasen hier wieder auf den Tisch. Und sofort die Schoko-Hasen hier wieder auf den Tisch. Ja, ich bin dran. Und die Schoko-Hasen hier wieder auf die Schoko-Hasen. Und dann können Sie ja über die Schoko-Hasen hier wieder auf die Schoko-Hasen hier wieder auf die Schoko-Hasen hier dran sehen. Vielen Dank.